schön dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren folge von this land is my land ja ich würde sagen ich muss mal eben schauen wie es hier so aussieht das ist nämlich mittlerweile schon ein paar tage her wo ich die letzte aufnahme aufgenommen habe ja wie schaut es denn hier aus ich würde sagen wir müssen uns unbedingt hier um den typen hier kümmern glaube ich das lager hier das war nicht ob ich letztes mal noch gar nicht da weiß auch gar nicht genau was diese typen hier machen eisenbahn unterstützungs lager oh ja das müssen wir auf jeden fall weg machen jetzt als erstes jahr und dann schauen wir mal weiter da ist und ich glaube ich eine patrouille auch müssen wir uns auch mal überall darum kümmern ja ja das ist ein plan das machen wir jetzt also jetzt hier und dann gucken wir mal dafür hier weiter kommen wird mein pferdchen wo bist du da im gucken der taschen wirklich alle leer habe irgendwas in den taschen hier und legen wir das noch schnell ab radio ins hauptlager packen können egal hier auch noch raus da noch in schnelle satteltasche überprüfen noch gar nicht leer gemacht vom letzten mal und das müssen wir jetzt hier ins hauptlager so jetzt sind wir starten aus fährt die stelle markieren und ich glaube in die richtung müssen wir neue durch den fluss reiten so Es müsste ja gleich hier irgendwo um die Ecke sein. So weit. Ja, nur 80 Meter. Mal langsam gucken. Ja, da ist es. Ein bisschen näher ran. Der Gaul auch in Reichweite bleibt. So, absteigen. Feinde aufspüren, aber gehen noch ein bisschen näher ran. Da stehen direkt welche. Ja gut. So, ist der allein oder stehen am Meer? Allein, es kann man über einen Stein am Kopf schmeißen. Ansonsten muss man herlocken. Wir versuchen es mal mit einem Stein. Wenn ich ihn überhaupt treffe von hier aus. Ups, sind die Pferde im Weg. New Bridge erweitert seine Grenzen. Okay, bote jetzt ab. Ja, wir kommen dann, hau ab. Jetzt bleibt er da stehen. Er will mich ärgern. Ist noch einer. Die Patrouille. Das scheint die Patrouille zu sein. Genau, Feinde aufspüren. Dann sehen wir wenigstens, wo sie bleibt, wenn sie weggeritten ist. Ich sehe jetzt noch alle Krieger. Nee, natürlich nicht. Schade. Komm, hau du auch noch ab. Ich glaube, die wissen wirklich nicht, wo sie hinwollen. Das ist jetzt natürlich Parkkehr. Ich glaube, die können sie nicht wirklich entscheiden, wo sie hinwollen. Mal gucken, ob hier noch mehr sind. Ich glaube, da ist dann ernsthaft ibsen, wo sie nicht hinwollenël einmailt. Also ist das jetzt ein Bspf verbinde. clicked kurz, dad roll, verdachte mal gut, vielleicht können sie verlieren. Vielleicht habe ich mir auch nochmal Christmas이 half Seeing. Ich 3Jofer ein integriert und внимert habe ich noch mit dem Marxisteln. Soue ich wirkliche Engagement. Volle ich dieses Buch Adaptation nicht state. muss man eben auf die karte gucken das ist das jetzt die patrouille die herumlung hat das hier unterstützungslager jetzt hauen sie ab das natürlich blöd wenn die hier alle vier aufeinander hängen ja ich glaube aber gleich kurz im prozess machen müssen wir kämpfen verkrümmeln die sich jetzt die kommen zurück war nummer eins nummer zwei den gaul gekillt ich noch das war's alles nehmen hast du schönes dabei da bist du irgendwo noch jemand liegen da liegt nur einer und liegt hier müsste auch noch irgendwo einer liegen den jetzt wieder finden im hohen gras viele waffen drin ich sowieso wieder alle nicht mit alles nehmen ja so wertrufen ja schon mal aussortieren hier ablegen mit strotflinten haben wir auch genug und zu den weg ich habe die expansion von hr powering eisenbahn unterstützung lager erheblich verlangsamt ok so nehmen wir auch alles mit nein das war fährt komm her das war fährt das war fährt das war fährt das war fährt ich bin immer noch überlagen ich weiß aber auch schon woran das liegt hier sieben schaufeln brauchen wir nicht so ablegen immer noch zu viel der kommt dann schmeißer ein bisschen was von dem dosenfleisch weg nicht in der siedlung zu nur in der siedlung nicht in der siedlung was soll das denn jetzt heißen jedoch mittendrin oder kann ich das nicht niederbrennen hier irgendwie meint das nicht zu gehen ja gut dann kümmern wir uns jetzt noch um das andere lager aber im außenposten in der nähe näher na gut dann leite ich jetzt erst hier hin z absteigen f absteigen ich bin nicht ganz da heute irgendwie so nach nicht aufsteigen satteltasche alles nehmen hat ja auch schon lange nicht mehr gerechnet so alles ins lager packen hier mal ja so da ist jetzt auch ein gefängnis da können wir uns auch noch mal verstärkung holen das war ja machen wir uns hier aber erst das lager aber wir machen jetzt hier erst mal das lager hier weg vielleicht verschwindet das ja dann hier auch mit der zeit so in die richtung 100 meter 230 so wie das ganze essen weg nix dabei zum heilen aber da kriegen wir aus holen glaube ich also 1234 nur ein paar leutchen sind hier schon wie ich das sehe feinde auf 1 2 3 da ist der boss man wird mir nicht wundern wenn hier noch mehr sind haben soll so einen schönen wagenkreis aufgebaut wie man es kennt aus film und fernsehen da ist noch einer so mal gucken ob wir die hier irgendwie erst mal ausdünnen können da sind noch zwei weil ich los rein da so man nochmal aufdecken kommt schon mal einer vielleicht können wir uns cashen ach jetzt hat er mich gesehen na gut um die anderen noch noch kommt keiner alle annehmen doch ich muss hier weg und sterbe ich gleich doch noch mal ich mit meiner großen klappe hier auch kein heilmittel ach du shit und da kommt auch noch einer das ist doch das lag ach kacke jetzt bin ich gestorben okay aber was ist denn das jetzt für ein lager hier oder außenposten gewesen ja wie gesagt heute bin ich irgendwie so ein bisschen verpeilt aber ist mal was anderes so muss ich erst mal gucken hier inventar fertigkeiten inventar fertigkeiten 8000 könnte man auch mal wieder gucken wir hier so nützliches lernen können gucken wir mal eben unter so ja gut nehmen wir mit die 300 283 sp ist besser als nix habe ich dann zufällig hier ein event abgeschlossen so dann hier aufs lager inventar das nehmen wir ein und die feine nehmen war dann kann ich ja wo kann ich denn mit dem bogen abschließen in gefällt eins war das kann ich nicht was ist das denn hier unten knock it down eigentlich jetzt irgendwo sehen wo meine leiche liegt die wird wahrscheinlich auch weg sein der ganze stoff den ich dabei hatte auch aber war ja zum glück glück nicht viel aus am bogen paar feile so ja das muss das lager hier gewesen sein da kam noch einer rüber hier von sechs nämlich jetzt ein paar krieger mit ja ja komm ich nehme mal wieder krieger mit also hier aufträge kriegs eine patrouille senden war das denn noch mal kriegstrupp da kriegs partei erstellen nehmen wir alle drei mit gruppe ausrüsten erstellen so jetzt drei gucken ja dabei muss sowieso darunter laufen mein pferd steht ja noch dahinten ok jetzt sind aber moment dauern meine rache wird fürchterlich sein und meine krieger mit ja so hatte man die sollen ich hocken munition heimmittel plündern wo war das denn aufs herz steigen mich spiegeln das wollte ich auch mal ausprobieren jetzt müssten die eigentlich genau das machen was ich machen wenn ich jetzt eine hocke gehen die auch in der hocke stehen auf wenn ich einen angreifen müssten die den auch angreifen und sonst dürften ich glaube ich auch nicht selber angreifen wenn die mich jetzt hier spiegeln so da ist mein pferd so greifen doch an zwei sind tot gleich keine pfeile mehr ich habe nur zehn stück der macht sie nieder es müsste nur noch treffen jungs weil ich das mal eben mit einem pfeil hier ich habe nur noch ein rest ist tot ok da 122 habe ich noch noch mal feinde auf spüren und sehe ich die besser so wusste ich doch da sind noch 234 keine pfeile mehr ich habe keine pfeile mehr dann nehmen wir eine wir ziehen in den krieg mit steinen jungs macht den kalt ab da ihn erledigt jawohl jetzt muss ich mal gucken ob ich den plündern kann vielleicht ja ein bisschen waffen munition für mich ja so oder nehmen wir direkt mal die schrubflinte und das hat sich damit erledigt alles nehmen wo ich habe nur noch ein krieger zwei sind schon drauf gegangen keine muni naja man sollte auch eifertig um vorbereitet auf jeden fall sollte man genug munition dabei haben alles nehmen kann ich nachladen hier ich glaube das war es alles nehmen ob da waren meine sachen drin das richtig mit gekriegt habe müsste ich ja wieder ein paar pfeile dabei haben drei pfeile nur weil mein bogen war da wohl drin da ist doch noch einer ich muss mal was essen jetzt müsste ich ja was dabei haben so ein krieger habe ich noch mehr komm lass ich die mal wir folgen angreifen kann ich hier weiter plündern so genau schon wieder überladen dann rufen wir mal mein pferdchen kann ich eben nicht aussagen hier einen moment munition heilmittel plündern auch so da kommen dann geh ins lager zurück das heißt das ist doch noch einer so jetzt war es aber da hinten hängt mein pferd fest und dann müssen wir uns da mal hin quälen kommst du jetzt nach hier ja essen brauchen wir noch die pilze können wir noch in der seite satteltasche legen wenn sie reinpassen ja jetzt kann ich noch was essen ein bisschen mal gucken wir noch ein bisschen plündern reichlich ne kommt oh ja schießpulver nehmen wir auf jeden fall mit munition nehmen wir mit ort hast können wir auch gebrauchen und sind wir auch mit stoff nämlich auch mal mit nein legen das ist so dann können wir selber mich auch wieder was tragen munition kommt immer auch noch mit mal zum herstellen ein bisschen können wir noch sagen er ist auch leer da haben wir noch was munition bauteile nehmen wir auch mit immer mal mit und ich bin überladen ja das hier so was essen so was haben wir denn hier zehn gesundheit ja die zeit ist auch schon wieder um schön dass ihr dabei war danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ein ich ja was ich use ich was